Faire Kleidung auf der Haut? Alles Bio im Beutel? Politisch korrekt im Kopf? Kriegt man inzwischen ganz gut hin. Also alles gut, oder? Aber wie sieht's mit den Straßen aus? Der Uniform der Polizistin? Den Kaffee in der Kantine? Oder den Computern im Amt? Berlin geht für uns shoppen. Rund 5 Milliarden Euro an Steuergeldern gibt Berlin jedes Jahr für die öffentliche Beschaffung aus. Ob da schon alles fair ist im Einkaufskorb? Noch lange nicht. Aber du kannst helfen, das zu verändern. Fair. Besser. Berlin. Damit mehr Menschen fair bezahlt werden. Mehr Kinder in die Schule gehen können. Und die Arbeits- und Menschenrechte weltweit eingehalten werden. Setz dich jetzt ein für einen faireren Einkauf deiner Stadt. Das ist einehleinige Schauspieler. 今日 da sind, dass mein Geld in die Schule laufen wird. Untertitelung des ZDF, 2020